Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Trials of Mana, ich wollte gerade sagen Siegut of Mana, aber nein, es ist ja Trials of Mana und wir haben jetzt hier irgendwas mit Resi. Vielen Dank, Herr Kommandant ist in der drüben, da oben. Ich werde gehen, kurz. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin nicht überall mit dem Weg. Ich weiß, was du tun kannst, wenn du nicht zurückkriegst. Wundern hier, wir werden uns vor uns. Wir schnappen sie uns, keine Sorge. So, aber... Ach, nee, ist doch kein Funkelfleck, okay. Dann wollen wir mal. Hm, wo ist er denn? Oh, jetzt ist die Tür selber. Schön. Eine Tür als Bus, auch nicht schlecht. Oh, Mann. Dann machen wir jetzt mal einen Doppelhieb. Nein, den Typhoon der Liebe. Ich seh nix, ich seh nix da jetzt. So, komm mal mit dem nächsten. Den Schweidenwurf. Oh, mein Gott, das gibt's doch nicht. Wieso ist sie denn tot? Wieso ist sie denn jetzt tot? Das ist ja krass. Äh, Moment. Oh, mein Gott, ein Splitter. Oh, was ist denn hier los, ey? Wow. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Ah. Nein. Und, äh, letzter. Okay. Komm. Machen wir's halt so. Wow. Voll nicht aufgepasst. So. Na, schon wieder nicht aufgepasst. Das gibt's doch nicht. Eieiei, der ist ja hier, er hat ja wirklich hier ein bisschen was drauf, ne, der Typ. Das war jetzt knapp, Junge. Das war echt knapp. 349. Das ist zu viel, wisst ihr? Das ist das Problem. Der Lebenspunkt geht wieder her. Äh, wirft einen Einzelnen gegen einen verbündeten Gericht im magischen Schadensangriff zurück. Äh, Mana absorbiert. Start des Effektes eines Verbündeten. Nehmen wir mal die Punkte wieder her. So. So. Oh, oh. Da haben wir ja wieder das Problem. Also hier nehmen wir echt Schaden. Oh, oh. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Oh, nee. Jetzt leiden hier beide aber ganz schön an Schaden. Okay, komm. Komm, jetzt machen wir den erstmal platt. Oh, was ist passiert? Ach so, wir haben noch 50% runtergeklatscht. Dann machen wir das jetzt so, komm. Oh, nein. Der hat total daneben verfehlt. Oh. Oh, verdammt. Erstmal. 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 Genau. Und auf ihn. Wenn ich jetzt hier spielen muss. Mann. Leute, was macht ihr denn? Das war echt knapp. Kommen wir zum Schwalbenwurf. Wieso? Ich stand doch... Verdammt. Oh. Oh. So. Gift euch, komm. Wieso ist der denn jetzt tot gegangen? Er hatte ja gar keine Chance, ihn jetzt zu sein. Oh, das gibt's nicht. Die nächste ist gleich am Verrücken. Ah. Okay. Nein. Oh, 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 oh. Das wär mein erster Tod. Das will ich nicht. Nein. Okay. Das gibt's doch nicht. Ah. Jetzt lassen wir uns platt machen. Boah, geschafft. Was für ne Krise. Hammerboss. Hammerboss. Ich hätte viel mehr ausweichen müssen. Definitiv. Viel mehr. Das hat mich verdammt viele Ressourcen gekostet. Rein theoretisch bräuchte ich jetzt nicht speichern. Ich hab ja volle Energie. Aber was ich machen sollte, wäre, ähm... Hier die Werte verteilen. Das war bei Ress. Chance von 20% im Ankampf. Die Anzahl, die er für die Aktion benötigt, Mana-Punkte auf 0 sinken zu lassen. Uh, das ist ja eigentlich ganz nett. Das heißt, Verstohlenheit. Er stellt den Gegner das Anvisieren. Magische Rüstung. Gemeinsame Fähigkeit. Er erhöht den Trefferpunkt, die Grundwert um 30. Dann nehme ich die Verstohlenheit weg. Segnung war das, ne? Ja. Dass sie mehr mit Magie arbeiten soll, macht das Sinn. So, kommen wir jetzt zu ihm. Zum Adlerauge. Er hat einen Punkt. Wo setze ich den Ding jetzt am besten rein? Ach stimmt, ich wollte ja hier in Glück gehen, ne? So, und beim Kevin haben wir jetzt auch einen Punkt. Da sind wir ja schon an der 9 vorbei. Das heißt, hier gehen wir auf Stärke weiter hoch. Bis wir die 15 haben. So. Dann schauen wir mal. Ich hätte vorher speichern sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Willi und Ben. Okay, komm. Ah. Jetzt machen wir es halt so. Ah, den Shurikens kann ich wirklich ausweiten. Dann machen wir das jetzt so mit dem Typhoon der Liebe platt. So, jetzt krieg ich den Schreibenwurf ab. Und als nächstes ist das da. Abgrundschlitzer. Jawoll. Oh, das ist doch jetzt nicht schon wieder was. Es geht doch nicht schon wieder los hier, ne? Ne, damit heile ich nur 200. Das macht keinen Sinn. What the fuck? Wenn der einmal trifft, dann ist man echt am Arsch. Dann mach ich mal weiter. Okay, komm, machen wir den erst mal platt. Boah, was ist denn hier los, ey? Der geht ja ab. So lange wir stehen, bleibt doch alles in Ordnung. Das ist echt... Wir kriegen hier so viel Schaden. Ich krieg hier ne Krise. Nein, nicht er. Ich hasse es. Ich krieg hier echt mal wieder hier Mana. Beziehungsweise diese Energie. Wow. Oh, weia. Das ist ja jetzt hier echt ein böser Kampf. So. Und wir geben hier selber ein Bonbon. So, schön ausweichen. Oh, schon wieder. Ja, das gibt's dann. Kevin, pass mal auf auf dich da. Ja, genau. Und ich stelle mich genau da rein. Oh. Kevin. Kevin. Na, komm, ich möchte meine ultimative Fähigkeit einsetzen. Wo ist er? Ah. Auch geil, du stirbst mir nicht. So, jetzt kriegt ihr es aber weiter. Ja. Na, komm, den möchte ich mir schnappen. Komm. Ja, komm, den haben wir doch gleich hier. Jetzt haben wir den ersten. Oh, komm. Das ist es. Und tschüss. Oh, was für ein Kampf. Äh, ich hab gewonnen. Wieso leben die noch? Oh, nochmal zwei Lernpunkte. Oh, Kevin hat nicht... Näh, 47 echt. So knapp. Haha. So, dann Ausbildung. Gehen wir mal rein. Und bei Reese sind das jetzt zwei Punkte mehr. Yep. Bei ihm war es im Glück rein. Rückswert um fünf erhöht und der Kevin hat noch nichts. Aber er kriegt nämlich Stärke. Dann würde ich sagen, was uns jetzt wirklich in der Zitadelle erwartet, dass er fahrt ihr aus dem nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlichsack. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Torot Rhein. Tschö, tschööööööööö. Bis zum nächsten Mal.